moin moin leute herzlich willkommen zurück auf meinem kanal freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute geht es um ein kleines edc gadget es ist eine lampe es ist irgendwie ein messer es ist irgendwie alles und gleichzeitig hauptsächlich eine kleine spielerei es geht nämlich wie ihr hier schon seht um die vsgo black snipe edc light das ganze kommt in diesem karton hier sehr unaufgeregt und ein kleines kabel ist auch dabei aber darum geht es was soll das jetzt sein ich persönlich bin ja auch hobby mäßig so ein bisschen in der fotografie unterwegs und sowas und mir war vsgo durchaus ein begriff nämlich in bezug auf kamera taschen rucksäcke und so zubehörkram dass die jetzt so was hier haben wusste ich aber nicht ich hatte da ehrlicherweise aber auch lange nichts mehr von denen gesehen nun wurde ich aber angeschrieben und gefragt ob ich das mal testen will dementsprechend kurzer side fact das hier ist ganz offiziell werbung ich habe das hier kostenlos zur verfügung gestellt bekommen aber wie immer versuche ich natürlich ganz ehrlich meine meinung dazu kundzutun und vielleicht hat das für den einen oder anderen hier von euch mehr wert ja was will das was soll das jetzt sein es ist ein kleines multi tool sozusagen in erster linie ist es nämlich eine taschenlampe wir haben hier recht kompakte maße wie ihr seht die bedienung funktioniert über diesen einfachen schalter hier in der mitte mehr bedienelemente gibt es auch nicht ihr klickt einmal an und dann kommt ihr an diese seitenlampe hier ihr habt einen low modus mit 10 lumen dann klickt ihr noch mal kommt auf 20 lumen und nochmal und ihr kommt auf 30 lumen und nochmal klicken dann seid ihr wieder aus also man muss immer einmal komplett durchschalten das ist von den bedienelementen natürlich immer relativ simpel gleichzeitig ja ich mag das nicht so gerne wenn man durchschalten muss aber hier ist es jetzt so gelöst ist ja auch nur so eine kleine notfall lampe möchte ich mal sagen und als ergänzung bzw als eine art schlüsselbund lampe oder so kann man damit wirklich schon gut was ausleuchten und für für die erste hilfe im bereich licht ist das damit auf jeden fall hilfreich wie ich finde wenn ihr dann den schalter gedrückt haltet kommt ihr auf die main lamp also diese hauptlampe und die ist dann insgesamt auch noch mal ein bisschen heller da haben wir jetzt 30 lumen klicken nochmal kommen auf 70 lumen klicken nochmal kommen auf 130 lumen und wenn ihr dann noch weiter klickt kommt ihr in einen blink modus und nochmal klicken kommen die in einen roten blink modus den finde ich eigentlich fast mit am interessantesten allerdings ist er ist es die rote lampe ist wirklich nur blinkend und als letztes in der reihe dann zu erreichen und dann ist es auch hier ihr schaltet immer der reihe nach durch und müsst immer durch jeden modus wieder gedrückt halten und das ganze ist aus ja damit hat man jetzt die taschenlampen funktion schon mal abgedeckt zusätzlich wurde dann hier aber noch so eine kleine mehr klinge ist schon zu viel gesagt aber so ein paket öffner mit angebaut man kann den dann hier seitlich raus schwenken hat dann hier nur relativ ja also schnitzen könnt ihr damit nicht aber es ist schon relativ scharf also ein brief öffnen paket öffnen oder sowas das kriegt ihr damit hin eventuell das habe ich gar nicht getestet könnte man damit sogar eine orange schälen aber ja da sehe ich den aufgabenbereich bzw den einsatzzweck jetzt nicht so unbedingt also das habt ihr hier seitlich noch dran das ist auch sehr gut und fest ich habe das jetzt natürlich eine zeit lang immer mal so ein bisschen durchgespielt da habe ich jetzt noch nicht festgestellt dass sich irgendwas löst ließe sich im zweifel dann aber auch noch mal nachziehen und hier vorne haben wir dann ein kleines hebelement das sich durchaus auch mal als kleiner schlitzschraubendreher gebrauchen lässt aber auch um so ein bisschen was abzuschaben bisschen was zu hebeln funktioniert das auch sonderlich viel hebel hebelkraft sollte man damit jetzt aber natürlich nicht aufwenden wenn man es zugeklappt hat wird das hier noch mal in dieser grille geführt hat damit dann noch mal ein bisschen mehr stabilität aber insgesamt klar das ist ein kleines gimmick da kann man jetzt nicht zu viel erwarten das war es grundsätzlich an den funktionen wir haben dann hier noch die möglichkeit einen ja das irgendwie an einem benzel oder sowas anzubringen oder vielleicht sogar dann schlüssel dran anzubringen dazu komme ich gleich denn wahrscheinlich mit der haupt clue ist die befestigung wir haben hier hinten diesen clip damit kann man das jetzt schön mal irgendwie an der hemdtasche am hosenbund was weiß ich zum transport aber auch zum ausleuchten befestigen wenn man die hände frei haben will um ja irgendwas zu erledigen und das ganze ist dann hier auch noch eine magnetische plattform und das hält wirklich wirklich gut und stramm also das ist gut gemacht finde ich und dadurch hätte man jetzt ich ja man müsste schon ein bisschen mutig sein aber man hätte jetzt zum beispiel die möglichkeit diesen clip am gürtel zu befestigen und dann hier was weiß ich eine schlüssel karte ein schlüssel oder was weiß ich jetzt daran zu befestigen um das dann relativ leicht abzunehmen das könnte ich mir vorstellen weil wie gesagt der ist wirklich stramm und wirklich gut das wäre so eine der möglichkeiten gleichzeitig hat man mit dem magnet aber natürlich auch die option das irgendwo anzubringen um sich damit dann wieder die arbeitsfläche auszuleuchten oder was auch ganz cool geht dass man wenn man jetzt zum beispiel keine hemdtasche hat aber mal kurz die hände frei braucht dass man das ding und das t-shirt schiebt und die lampe dann von vorne drauf setzt und das so einfach an seinem t-shirt zum beispiel befestigt auch das hält gut und so hat man dann auf der brust wie iron man da eine kleine leuchte raus ja das war es im prinzip ich finde das ist eine coole interessante kleine lampe aber für mich ist es auch in erster linie einfach ein gimmick es ist aus meiner sicht eine spielerei ein cooles kleines teil vielleicht auch ein geschenk oder so also ich finde das irgendwie schon lustig und auf jeden fall gut gemacht das kommt wertig daher dem traue ich schon durchaus ein bisschen was zu ich habe das jetzt bei mir an meinem gravel bike tatsächlich hauptsächlich hinten in der tasche so als notlicht ich habe natürlich auch richtige fahrradlampen dabei aber wenn ich jetzt eigentlich plane wirklich nur tagsüber unterwegs zu sein dann nehme ich die nicht immer mit und das dann hier so als notlicht dabei zu haben finde ich ganz cool oder was ich auch schon gemacht habe ich habe es mir hinten an meine satteltasche herangeklippt und dann im roten signalmodus dann einfach hinten noch mal mit dran gemacht da wünsche ich mir dass man da irgendwie leichter und schneller hin käme weil das so als kleine signallampe finde ich eigentlich viel interessanter damit richtig was auszuleuchten länger macht man dann ähnlich der akku hat natürlich auch nicht die größte kapazität der wird hier übrigens über usb c dann aufgeladen aber ja so als signalleuchte um mir das irgendwo ranzuklippen um nachts wenn ich an der straße fahr oder sowas dann mal besser gesehen zu werden temporär einfach um auf mich aufmerksam zu machen fände ich das eigentlich sehr cool würde mir dafür aber wünschen dass man schneller in diesem modus kommt dass das ein bisschen leichter sich bedienen ließe und ja auch zusammen benutzen kann man sie jetzt nicht wenn ich die jetzt einschalte und dann gedrückt halte dann passiert gar nichts also die main lamp geht damit nicht an ich schalte dann einfach nämlich nur der reihe nach durch muss diese erst ausschalten um dann diese anwählen zu können ich würde mir die bedienung da ein bisschen bisschen ausgefeilter wünschen ansonsten coole kleine lampe muss man wissen ob es einem das geld wert ist wie gesagt als gadget als kleines geschenk für irgendeinen edc junkie oder sowas kann ich mir das auf jeden fall vorstellen und für mich jetzt so als backup als notfall lampe finde ich das auf jeden fall cool interessant gelöst dass man hier noch so ein kleines seitenwerkzeug hat ja mehr ist es dann aber letztlich nicht das war eigentlich alles lasst mich gerne mal wissen was haltet ihr von solchen spielereien habt ihr werdet ihr da auch immer mal schwach greift ihr dazu nutzt ihr sowas vielleicht tatsächlich oder seht ihr jetzt bei dieser lampe auch irgendeinen sinn und zweck der mir jetzt noch gar nicht eingefallen ist dann lasst mich das sehr gerne in den kommentaren wissen da lerne ich ja gerne dazu und ja ich übersehe auch immer mal was vielleicht gibt es da noch den ein oder anderen zweck wo die sich als noch nützlicher erweist das soll es gewesen sein vielen dank fürs einschalten und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt lasst dem video gerne daumen nach oben da und abonniert auch den kanal wenn ihr mögt das würde den kanal nämlich sehr unterstützen mich freuen und ist für euch kostenlos und ihr werdet über jedes kommende video informiert wenn ihr mögt sehen wir uns in einem der nächsten videos wieder und nun war es auch genug bleibt gesund oder werdet es wenn ihr es nicht seit bis zum nächsten mal tschüssing